unsere nachmittagsbetreuerin oder unsere lehrerin und unsere nachmittagsbetreuerin hat halt so etwas wie soll ich sagen erfunden oder ja also in diese schüssel wenn jemand eine gute tat gemacht hat zu jemand anderen kann man kann derjenige der die gute tat gemacht hat ein stein ein stein reingeben und bis ende der woche wird das gezählt und wenn man gute taten gemacht hat dann ja ist halt gut also ich habe auch manche gute taten gemacht und es macht halt es war glücklich wenn man gute taten macht und das ist halt der sinn der sache ich habe schon hilfe bekommen von einem freund er hat mir bei den hausaufgaben geholfen und mir ist es dabei gut gegangen weil ich da alles richtig hatte vorher war ich ein bisschen gestresst weil es war fast die stunde aus und ich musste schnell machen ich konnte gar nicht nachdenken und dann dann habe ich hat mein freund her geholt also es ja also ich habe ihn her geholt und dann hat er mir geholfen und als ich und als ich fertig war mit dem hausaufgaben da war ich so gelassen und ich war ich war ruhig also ich hatte jetzt gerade ein referat vor 20 minuten ungefähr und da habe ich halt da wollte einer also einer meiner freunde hat sich nicht getraut richtig zu sprechen er immer gestottert und so dann habe ich ihn ermutigt mit mit guten worten und und dann danach und dann hat er das referat gut gemacht also meine worte waren so zum beispiel schaffst das habe keine angst und und du wirst du schon schaffen und ja mir habe ich eigentlich nicht gesagt und er hat es geschafft mir geht es gut wenn ich also zu weihnachten zum beispiel wenn ich geschenke kriege da hat auch zum geburtstag und mir geht es auch glücklich wenn ich also wenn ich meine freunde treffe sehr und meine und meine familie auch und mit denen ein spielspiel oder so das macht mich auch glücklich